Hallo, hier ist Mohamed Ilter vom 1. FC Neukölln und ich gebe jetzt mal Spieltag-Tipps ab für die zweite Staffel, nee Staffel 1 in der Landessiega in Berlin und fange ich gleich mal mit dem Spiel 1. FC Internationale gegen Mariendorfer SV an. Da tippe ich mal auf ein 1 zu 1. Beide Mannschaften sind mir nicht so geläufig, denn der FC Internationale ist abgestiegen aus der Berlin-Liga, wenn ich mich nicht täusche und der Mariendorfer SV war schon in der Landessiega. Daher würde ich mal sagen 1 zu 1, weil ich beide Mannschaften nicht so gut kenne, wie die momentan drauf sind. Dann haben wir den SC Gartow gegen Wittenauer SC. Da tippe ich mal auf ein 2 zu 0 für FC Gartow. Ich habe gehört, die haben ein paar Neuzugänge und wenn die sich gut eingespielt haben, dann denke ich mal sollte es auch gut gelaufen gegen den Wittenauer SC. Nächstes Spiel haben wir Tuzma Kabi gegen Spandau Kickers. Da tippe ich auf ein 2 zu 2. Letzte Saison war Spandau Kickers in der Offensive recht gut, in der Defensive ja anfällig, deswegen die zwei Tore und Tuzma Kabi schätze ich eigentlich relativ ähnlich ein. Deshalb ein 2 zu 2. Nächstes Spiel Stern Marienfelde gegen 1. FC Lybaas. Marienfelde in der Relegation gescheitert letztes Jahr zum Aufstieg und Lybaas ist letztes Jahr nicht so stark, deswegen schätze ich mal ein 2 zu 1 für Marienfelde ein. Nächstes Spiel haben wir den Hohen Neuendorf gegen Friedenauer TSC. Wie ich gehört habe, soll der Friedenauer TSC gut Spieler verpflichtet haben für die neue Saison und mit den Ambitionen, die sie jetzt haben mit Aufstieg, denke ich mal, sollte auf jeden Fall ein 3 zu 0 drin sein. Concordia Wilhelmsruhe gegen DJK Schwarz-Weiß Neukölln. Schwerer Tipp, weil ich Wilhelmsruhe nicht so gut kenne. Gegen Schwarz-Weiß habe ich in der Vorbereitung jetzt mit Neukölln gespielt, habe ich nicht so stark empfunden, deswegen tippe ich mal auf einen 0 zu 0. Nächstes Spiel Berolina Mitte gegen Concordia Britz. Britz hatten wir auch in der Vorbereitung als Gegner gehabt im Neuköllner Pokal und deswegen kann ich es gut einschätzen und tippe auf ein 2 zu 0 für den Concordia Britz. Und als letztes Spiel haben wir uns das, Fortuna Biesdorf gegen 1. FC Neukölln. Da tippe ich natürlich auf ein 2 zu 0 für uns. Wird ein schweres Spiel, aber unsere Mannschaft ist auf jeden Fall stark und bin der festen Überzeugung, dass wir da in Auswärtssicht landen. Wählte ich auch in Neukölln.